Einen Tag vor dem endgültigen Atomausstieg in Deutschland ist eine Mehrheit der Bürger laut Erhebungen für einen Weiterbetrieb der letzten Meiler. Bei einer Straßenumfrage in Berlin findet sich allerdings niemand, der die Kraftwerke weiter betreiben möchte. Wohin soll der ganze Müll, der Atommüll? Da gibt es keine Lösung, immer noch nicht. Es ist schon lange genug darüber diskutiert worden, aber rausgehend. Der Beschluss ist schon lange gefasst, warum man jetzt wieder ein Rütztier macht, nur weil die vorherigen Regierungen verpennt haben, regenerative Energien zu fördern. Diejenigen beschweren sich jetzt, ist für mich unlogisch. Das ist überfällig, finde ich. Warum? Weil ja auch nach uns noch irgendwie Menschen hier auf dem Planeten leben möchten, dürfen, sollten. Dieser Mann stammt aus Kolumbien und hat eine andere Meinung. Ja, es gibt viele Risiken zum Beispiel, auch wie den Abfall zum Beispiel, dieser Atomabfall. Aber ich glaube und meiner Meinung nach, es ist auch eine gute Fälle, wenn wir zum Beispiel Kohlen oder Erdöl auch ein bisschen bremsen möchten. Die letzten drei Atomkraftwerke Neckarwestheim, Isar 2 und Emsland gehen am Samstag vom Netz. Die Meiler sollen dann abgebaut werden.